Willkommen liebe Leute zu dem Video. Es geht nur ganz kurz um zwei Dinge. Sache Nummer 1, ich kann ab jetzt meine Videos in 1080p a 60fps aufnehmen als auch streamen. Das heißt, all meine Videos werden ab jetzt mit 60fps sein. Ja, 1080p a 60fps ist das Maximum was beim Stream geht. Was Streamen betrifft, definitiv das Maximum erreicht. Nur was jetzt aufnehmen betrifft, 1080p, klar, da geht mehr. 14400p, das wäre natürlich noch Sache, die gehen würde. Aber auch da ist es 1080p, sollte denke ich mal in Ordnung sein. Und paar paar vereinzelt. Klar, Unboxing sind in 4K. Ja, und dann sehen wir weiter aus dem Fall. Nur das ist Info, dass ich jetzt grafisch schon mal in Streams zumindest das bestmögliche rausgehollt habe, was geht. Sache 1 und Sache 2, am Mittwoch wird der Discord-Server offiziell wieder in Betrieb genommen. Bis dahin, ja, konntest du den nicht so nutzen, aber ab Mittwoch werdet ihr wieder hergerichtet haben. Werde das dann nochmal da in dem Video sagen. Und zum Mittwoch hin wird es dann auch mal ein angekündigtes Info-Video geben, wo es allgemein über, Gott in die Welt so ziemlich über alles im Kanal hat, reden werde und man Senf sowieso allen hinzugeben werde. Dies wird dann eben auch am Mittwoch kommen. Dies ist das Info. Ja, das soll es davon auch so gewesen sein, damit ihr das einfach wisst. Die Qualität hat es verbessert und wann Discord wieder öffnet. Morgen geht es dann auch wieder alles bis zum Sonntag, ganz regulär mit den als Blaze weiter. Und im Laufe der nächsten Woche wird es dann das Info-Video geben oder das Laber-Video, wo es einfach ein bisschen so über die generelle Zukunft von mir und YouTube und dem Kanal reden werde. Macht's gut, Leute. Bis im nächsten Video und ciao.